Platz und sie hat gestern schon zum achten Mal in diesem Winter gewonnen. Magdalena Neuner, sechsmal war sie Beste im Sprintrennen. Eine Verfolgung konnte sie in diesem Jahr noch nicht für sich gewinnen. Warum nicht heute? Ihre erste Verfolgerin ist die Lokalmatadorin Kaisermärkereinen. Nur zwölf Sekunden zurück, hat gestern sehr optimistisch nach dem Rennen gesagt. Zwölf Sekunden sind nicht viel. Auf der ersten Runde werde ich noch nicht alles riskieren, denn Magdalena Neuner ist schnell. Die schnellste aller Läuferinnen ist als dritte gerade gestartet, Daria Domraceva. Also die Crème de la Crème, die vier, die fünf mit Kuzmina, die in diesem Winter immer vorn waren, sind auch heute die ersten, die unterwegs sind und ganz erfreulich eben mit der Sechs auf die Strecke gegangen. Miriam Gößner nach ihrem besten Saisonresultat, was sie gestern eingefahren hat. Und hier mit der Acht, wie schon in den letzten Tagen, mit einem rosafarbenen Tape unterwegs, Tina Bachmann. Von so weit vorn konnte sie in diesem Winter noch kein Verfolgungsrennen. Und die nackten Zahlen, eine der absolut besten Liegenschützenden des laufenden Winters. Das ist 91% Trefferquote. Aber der Wind, der ist heute tückisch. Bläst von rechts herein. Da wurden schon bei den Männern gesehen. Da wurden reichlich Fehler geschlossen. Ja, fabelhafte erste Serie von Magdalena Neuner. Hat alle Scheiben abgeräumt, bevor die anderen beiden begonnen haben mit dem Schießen. Jetzt Kaiser-Märker-Reinen mit den ersten beiden Treffern. Domraceva zieht nach. Ja, sehr stark das Liegenschießen. Immer wieder die Zitter-Disziplin von Kaiser-Märker-Reinen. Das hier hat sie gut absolviert. Und Darja Domraceva, wie schon gestern im Sprint, gleich zwei Fehler. Das wirft sie jetzt natürlich deutlich zurück. Was macht Miriam Gößner? Seizeva, fehlerfrei Miriam Gößner. Ja, ebenfalls knüpft hier nahtlos an an ihre tollen Schießleistungen aus der Mix-Staffel und gestern aus dem Sprint. Kuzminar, die starke Slowakien dagegen, muss zweimal in die Runde. Tina Bachmann, beste Platzierung in diesem Winter. Ein sechster Rang, den könnte sie heute toppen. Wenn sie so weiter schießt, sowieso. Tolle Leistung, Tura Berger dagegen muss einmal in die Strafrunde. Und hier mit der Zwölf, Sina Kocher, fehlerfrei. Also hält erst einmal ihre tolle Position. Darja Domraceva, etwas zurückgefallen hinter Miriam Gößner jetzt auf Platz 5. Trolles Gewimmel hier mittendrin. Andrea Henkel dort mit der weißen Mütze, muss leider einmal abbiegen. 150 Meter Strafe. Die Führende geht auf die erste Schießbahn, da wo sie sich in diesem Winter am häufigsten aufgehalten hat. Und Kaiser Merke Reinen kommt als Zweite. Und es könnte wieder so sein, dass Magdalena Neuner schon alle fünf Schuss abgefeuert hat, bevor die Finnen beginnt. Erster Fehler beim zehnten Schuss am heutigen Tag. Stirnrunzeln bei Gerald Hönig, der gibt es raus auf die Strecke. Zurich Obrus. Chance für Kaiser Merke Reinen. Chance erst einmal vertan. Auch sie muss einmal in die Runde, also davon bleibt es erst einmal. Alles beim Alten. Magdalena Neuner in der Strafrunde. Wird dort gleich raus sein und Kaiser Merke Reinen muss rein. Die Nächsten sind jetzt da und jetzt schauen wir gleich mal auf das Duell Olga Seizeva gegen Miriam Gössner. Daria Domgratscheva hat auch wieder Anschluss an die beiden gefunden. Jetzt doch der erste Fehler bei Miriam Gössner. Merke Reinen, 20 Sekunden zurück. Jubel gilt Olga Seizeva von den vielen russischen Fans. Miriam Gössner gut durchgekommen hier mit einem Fehler. Alles im grünen Bereich. Aber Daria Domgratscheva, die verbessert sich jetzt wieder. Ein Fehler bei Tina Bachmann. Seizeva ist unterwegs als dritte. 36,7 Sekunden jetzt der Rückstand auf Magdalena Neuner. Die Kanadierin Sina Kocher muss jetzt zum ersten Mal in die Runde. Und vorn liegt Kuzmina. Der Start der Slowaken Olympia Silber gewann sie auf dieser Strecke 2010 in Rüssel. Jetzt ist Andrea Henkel auch angekommen. Liegt dort ganz hinten, verdeckt von vielen anderen. Vorn wie Luchina, Tura Berger und Bogali Titovets. Fehler frei. Hat dann nach vorn gedreht. Die Athletinnen sagen bei rechts. Das heißt, sie hat das Gefühl, dass der Wind von rechts etwas aufgefrischt hat. Dreht man zwei Rasten, ist das ungefähr ein halber Zentimeter von bei den Scheiben. Und dann neunmal getroffen. Sie ist momentan in einer Verfassung, in der sie absolut nichts aus der Ruhe bringt. Wieder ein Fehler bei Magdalena Neuner. Das heißt, eine weitere Runde und eine weitere Chance für Kaiser-Märker-Reinen und auch für Daria Domraceva. Oh ja, ganz cool gemacht. Sehr abgeklärt, konzentriert. Eher ein bisschen behutsam geschossen. Und jetzt schließt sie auf zu Magdalena Neuner. Wird wahrscheinlich sogar knapp in Führung gehen, denn Magdalena kreiselt noch. Ist gleich fertig mit der Runde und könnte sich hier, wenn es gut läuft, gleich mal dranklemmen. Daria Domraceva gelingt das leider nicht. Muss zweimal in die Runde. Und seitsehbar wieder die starke Stehenschätze. 1 plus für die Russen. Vom Siegerpodest fast gar nicht mehr wegzudenken in diesem Winter. Und Miriam Gößner immer noch auf Tuchfühlung. Und Tina Bachmann ist ebenfalls da. Schade, Fehler gleich beim ersten hier. Beim ersten Stehenschuss bei Miriam Gößner. Die Russin Biluchina genauso jetzt mit zwei Fehlern wie Miriam Gößner. Tina Bachmann fängt jetzt an. Ja, ganz starke Serie. Sehr beherrscht geschossen. Das ganze Gegenteil von Miriam Gößner. Die muss jetzt viermal in die Strafrunde. 600 Strafmeter. Hei, hei, hei. Meine Güte. Das ist deutlich zu viel. Leider wieder ein Rückfall in fast schon vergessene Tage. Aber dafür Tina Bachmann. Sehr stark. Und jetzt auf Rang 5. Nur sieben Sekunden hinter Darja Domraceva. Und hier vorne, das ist Helena Eckholm, die 2009 noch Verfolgungsweltmeisterin war. Und sie hier, Andrea Henkel, 2008. Goldsmedaillen geschnuppt bei den Weltmeisterschaften auf dieser Strecke. Ja, sehr stark. Im Gleichklang die... Oftmals mit ihren Hunden Artu, Retu und Piki. Die laufen vor und sie hinterher. So ist das momentan auch mit ihr und mit Magdalena Neuner. Nur jetzt, am Anstieg, versucht sie es vielleicht sogar, die Magdalena. Ganz allmählich. Aber versucht doch vorbeizukommen. Also, klares Kommando von Rico Groß. Schön dahinter bleiben. Magdalena Neuner hat gestern Abend doch nochmal erzählt. Jetzt kommt ihr natürlich zugute, dass sie im vergangenen Sommer mächtig an den Grundlagen gearbeitet hat. Dass sie seit Mai unentwegt Kondition und Kraft gebolzt hat. Da kann man auch mal so einen Krankheitsausfall kompensieren. Obwohl sie dann gestern schon an ihre Grenzen gestoßen ist. Und vielleicht... schlägt die Krankheit heute auch ein bisschen zurück. Sodass sie sich ein bisschen bremsen muss beim Laufen. Dennoch sieht alles gut aus. Und Saitseva hat deutlich, deutlich an Boden verloren. Heißt also, die beiden vorn sind richtig schnell unterwegs. Rückstand von Tina Bachmann nach dem Schießen. 1-12 in etwa. Schauen wir mal, ob auch sie verloren hat. Super, auf geht's, hopper! Klasse, Tina. Platz 5 hier, schaut gut aus. Komm, auf geht's, hopper! Schön frequent bleiben. Hopper, auf geht's, hopper! Tina Bachmann. Einmal 6. in diesem Winter. Das war in Östersund. Da war sie als 27. im Sprint gestartet. Tolle Verfolgung hingelegt. Heute als 8. losgelaufen. Jetzt fünfte. So weit vorn war sie in dieser Saison noch nicht. Und hier immer noch das vertraute Bild. Kaiser Merkel Reinen. Und Magdalena Neuner. Nähen sich jetzt zum letzten Mal hier in Kontjulachti den Scheiben. Der neue finnische Cheftrainer, wenn sie in Kontjulachti ist, hilft ihr Anatoly Chowantsev, ein russischer Coach, der im letzten Jahr in Russland rausgeflogen ist während der Staffel. Und jetzt gilt's. Jetzt müssen sie beide ganz alleine entscheiden, wie schnell setze ich den ersten Schuss, setze ich die andere unter Druck. Die letzte Fünderserie. Meckereinen kontra Neuner. Vorteil Jönsu. Fehler Walgau. Schöne Serie der Finnen. Kaiser Merkel Reinen, als wenn nix wäre, als wenn niemand neben ihr stehen würde. Schon unglaublich. Diese fantastische Serie von Kaiser Merkel Reinen. Und Magdalena Neuner macht ungewohnte zwei Fehler. Auch sie muss mal dem nervlichen Druck Tribut zollen. Kaiser Merkel Reinen mit Glanzvorstellung bei diesem letzten Schießen. Und jetzt gilt's. Kommt auch Olga Seitzer noch mal ran. Wie gut schießt Darja Domraceva und Martina Bachmann. Magdalena Neuner hat die erste Strafrunde absolviert. Seitzer war, hat das natürlich mitbekommen, schießt schnell. Schießt gut. Vier Treffer. Und ist dran. Also jetzt wird wahrscheinlich Magdalena Neuner gleich gemeinsam mit Olga Seitzer war auf die letzte Runde gehen. Und Darja Domraceva ist auch wieder im Geschäft. Jetzt geht's hier noch mal rund. Neuner, Seitzer war und Domraceva. Das wird ein Dreikampf. Vorne scheint alles entschieden. 50 Sekunden der Vorsprung von Kaiser Merkel Reinen. Und schade drum, wie bei Magdalena Neuner, auch zwei gelbe Punkte hier bei Tina Bachmann. Zwei Strafrunden und Thura Berger. Die doppelte Verfolgungsgewinnerin aus diesem Winter. Starkes letzte Schießen. Hanna-Burgali-Titowetz. Die Rutschen steht und Andrea Henkel kommt heran. Hat sich hier sukzessive verbessert. Fast unbemerkt nach vorn gepirscht, Andrea Henkel. Die ersten fünf sind unterwegs. Viele Fehler bei Anna-Burgali-Titowetz. Und null Fehler bei Andrea Henkel, genauso wie bei der Russin Viluchina. Die beiden jetzt ein Tandem auf der letzten Runde. Und Kaiser Merkel Reinen, die zieht vorn, unangefochten ihre Kreise. Die Weltcup-Gesamtsiegerin des letzten Jahres. Weltmeisterin in der Verfolgung. Also dies hier ihre Paradestrecke, ihre Lieblingsdisziplin. Auch deshalb wurde sie vor ein paar Tagen zu Finnlands Sportlerin des Jahres 2011 gekürt. Und da haben wir Magdalena Neuner mit Darja Domradscher war hinten dran. Wahrscheinlich diese beiden im Kampf um Rang 2 am heutigen Tag. Wo ist Olga Seizewa? Müsste, wenn es streng nach Papierform geht, läuferisch den kürzeren ziehen gegen diese beiden. Ist da auch schon ein bisschen zurückgefallen. Vorne eine überrundete Läuferin. Und hier kommt Magdalena Neuner. Und dahinter dann schon Darja Domradscher war. Die gestern dann im Spaß darum bat, dass Magdalena ihre Schießtrainerin wird. Auf der nächsten Saison, wenn sie dann ja nichts mehr zu tun hat. In Anführungszeichen. Jetzt also die beiden schnellsten Läuferinnen des gestrigen Sprints unter sich. Magdalena Neuner weiß genau. Domradscher war, wird es versuchen, wird es vielleicht nicht auf einem Schlussspurt ankommen lassen. Im Moment allerdings sieht Magdalena Neuner hier noch sehr gut aus, sehr frisch. Auch wenn dieser Blick über die Schulter in der Regel nichts Gutes bedeutet. Hier vorne links Kaiser Merkereinen rudert da, stampft, bewegt den Oberkörper sehr heftig hin und her. Ein Zeichen, dass man sehr müde ist. Aber ihr Vorsprung ist riesig. Wobei hier an der überrundeten Italienerin. Das ist mit der 56 Karin Oberhofer. Vor Magdalena Neuner, dahinter Darja Domradscher war. Haben schon einige Sträuße ausgefochten in dieser Saison. Magdalena Neuner hat ein Rennen ausgelassen. Das letzte in Oslo, den Massenstart. Hauber, komm auf geht's, Hauber, Hauber, Hauber. Komm auf geht's. Das sind jetzt schon drei Meter dazwischen. Jetzt muss dranbleiben, jetzt muss dranbleiben. Komm, zieh drüber hier. Komm einfach, das ist ein drei Meter Vorsprung. Komm, lang Endspurt. Komm, auf geht's, Hauber. Der Motivationskünstler Rico Groß, das sind schon drei Meter Vorsprung. Drei Meter sind nix gegen eine Darja Domradscher, die in Oslo Zweite wurde und dort heftig Punkte gesammelt hat. Und hier vorne ist Kaiser Merkereinen. Allein auf weiter Flur. Das wird einen Jubel geben. In ihren Heimatwäldern, in Konjulachti zu gewinnen. Das ist was ganz Besonderes. Hat sich gestern schon riesig gefreut über diesen zweiten Platz. Hat gesagt, ich habe jeden einzelnen Zuschauer genossen. Nicht nur ihr zuliebe wurden die Strecken nochmal verändert. Die ursprünglichen, die schwierigen sind heute ausgepackt worden. Und jetzt auch die finnische Fahne. Kaiser Merkereinen nach einer sensationellen letzten Fünfer-Serie. Diesen Sieg hat sie sich verdient. Glückwunsch an die Überfliegerinnen des heutigen Tages. Der Coach nimmt es relativ gelassen. Kaiser Merkereinen hat gewonnen. Zum zweiten Mal in diesem Winter. Und wer wird Zweite? Die, die immer auf dem Podium sind, sind unter sich. Die Erste und die Zweite des Gesamtweltcups. Magdalena Neuner noch vor Daria Domraceva. Kommt da nochmal in Angriff der Weißrussin? Oder kann Magdalena von vorn den Sport gewinnen? Jetzt gilt's. Links Magdalena Neuner, rechts Daria Domraceva. Die Weißrussin kommt. Sie greift an. Magdalena Neuner aber ist stark genug. Schlägt zurück und holt sich diesen zweiten Platz. Was für eine Energieleistung erneut. Wieder diese beiden unter sich. Die drei von gestern wieder auf dem Podium. Nur die Reihenfolge, die ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders.